Kommen andere Gegner, andere Gegner. Nee, komm, nehmen wir doch. Nippelpart 3, nee, Part 4 sogar. Oder? Doch. Nee, ist der dritte Part, ja. Achso, regnerisch. Ist echt das Update, hör mal. So, du gehst durch. Ist echt das Update, und das Wett. Du? Ja, ja, glaube ich. Ja, beide, komm. Nein! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Du bist super abgesprochen, Casey, super. Ja, du bist doch aber gegangen, wo bist denn hin? Einkaufen. Ach, du bist daneben gesprungen. Nee, ich bin einkaufen. Ja, genau. So, du gehst, du gehst, du bist näher. So, jetzt kriegen sie Sackhaare. Casey, bist du auf K? Nein. Ich hab nur gewartet. Das sah so aus. Ich hab nur gewartet. Auf den richtigen Moment. Dicke Nippel? Nein. Dicke, dicke Nippel. Neuer Song, alter. Dicke Nippel. Ja. Dicke Nippel. Dicke Nippel. Dicke Nippel ist AFK, glaube ich. Dicke Nippel ist AFK, glaube ich. Boah, jetzt endlich. Highlight des Tages. Highlight des Tages. So, das gibt es doch gar nicht. Mann, du. Das war aber Haarschaf. Was für eine Parade. Ja, du hast gar keine Parade gemacht, Junge. Nee, das war nichts. So. Ich bin. Achso. Ich schwitze gerade so. So wie hier im Spiel. Das ist mein Schweiß. Nix anderes. Vergiss es, Junge. Ich bin Manuel Neuer. Schlecht. Na genau. Nein. Okay, der Ball. Der Ball. Das ist ein Ball. Ja, natürlich ist es ein Ball. Ja, ich sehe, dass es ein Ball ist. Ey, Casey mobbt noch. Nein. Och nö. Ich bin Manuel Neuer. Habs ja gesagt. Super. Ich bin keine Diva. Ich bin Manuel Neuer. Nein. Oh, Casey ist auch Manuel Neuer. Also gibt es doch zwei. Oh, ne. Das war Manuel Neuer Part 2. Ja, sauber. Jetzt, jetzt gibt es Gummi. Nein. Letzte Sekunde. Oh, schade. Schade. Oh, der K... Wow. Oh, nein. War so ein super Schuss, Kilian. Jetzt wollen wir es aber wissen, ne? Nein. Ja, die wollen es auch wissen. Er hat ja eine Krone auf dem Sack. Ach ja, das ist ein anderer. Ne, ein Sombrero oder so. Das ist ein anderer. Ja, das ist nicht mehr dicke Nippel. Das ist noch ein anderer. Ja, eben. Der ist raus, der dicke Nippel. Hatte keinen Bock mehr. Wir sind so gut. Ach so. Und ich hab mich schon gefreut. Dicke Nippel Part 4. Ne, Part 3. Das ist... Prinz Harry ist das. Oder weißt du mal. Aber 1-1. Spannende Runde hier. Ohne... Ohne Witz so. Ja, sag das nicht zu schnell. Ja, komm. Hm. Was? Oh Casey. Oh Casey. Oh Casey. Nein, das gibt's nicht. Hast du das gesehen? Das war ganz knapp. Nein. Aber ich glaub, die Leute, die Zuschauer wollen ja, was sie verlieren. Die finden das witzig. Die... Die modden uns. Siehste, du hörst das. Die Fans. Ey, das gibt's doch gar nicht. Scheiße. Ey, ne. Ohne dicke Nippel sind die gar nichts. Nein. Oh, das war lupenreines Tor von ihm. FCB. FC Basel oder FC Bayern. Ja, ja, genau. Ey, da steht aber immer sorry, sorry, sorry. Das ist derselbe Clan, hör mal. Dass die in seinem zweiten Account sind. Ne, das ist... Wie nennt man das? Ähm, das sind so Kurzwörter, die du mit Steuerkreuz drücken kannst. Oh, oh. Oh, der ist ein kleine Warfkar. Hätte ich mal ein Turbo gemacht. Hol dir das Ding. Mann, ey. Wir sind super. Oh Gott, war das knapp. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Sehr gut. Wirklich klasse war das. Ohne, ohne Witz. Achtung, der schießt. Oh, das war schon mal sehr knapp. Casey macht, dass ich den Herzinfarkt bekomme. Komm schon. Komm schon. Diesmal... Ist das mein Tor? Ja komm, der fliegt genau drüber. Das Game hast du uns, Casey, seit dem Update. Ey, das gibt's doch... Das gibt's nicht. Der Mario, Super Mario. Der hatte was. Oh lol, alle fliegen drüber. Casey, komm. Super machst du das. So, jetzt komm. Wir wollen noch ein Problem. Wir müssen noch weiter machen. Das klingt per... Ey, was war das denn? Ich hab's super geschossen. Was ist denn? Was ist denn so cool bei dir? Super, Casey. 26 Sekunden noch. Wir haben noch ein bisschen. Nein. Wir sind super. Missed, ey. Ich mein... Schade. Es sind vier Tore passiert. Ja. Das musst du benutzen. Weil das sind mir noch schlechter. Ja, das mag wohl rein. Okay, was haben wir gewonnen? Nichts. Wir haben die Niederlagermedaille gewonnen. Die Niederlagermedaille gewinnt die Mortbr sinner vor. wir sind ja 15 Jahre lang. thành Ende jeder Welt.